Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gaming, Collecting & Co. Ich habe einen Brief bekommen. Diesmal mit ein bisschen Sonnenschein. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert, ist mir auch egal. Das ist ein Brief, wenn ich mich nicht täusche, von Julian. Also Unboxing & Play. Ich lasse den direkt mal drauf. Wir haben getauscht. Das ist ein Brief. Und das ist leer. Der Brief darf vorgelesen werden. Hey Nadja, vielen Dank für den Tausch. Ich hoffe es klappt öfter mal, dass wir tauschen. Viel Spaß mit den Karten und extra bis zum nächsten Mal. Dein Julian Duels Unboxing & Play. Also für den Kerl zumindest ordentlich geschrieben. Das ist einmal Tausch. Dann hat er mir eine, ist das extra Nummer 2 und extra Nummer 1. So. Fangen wir mit dem Tausch an. Wenn es weiß aber, worum es geht. So. Tausch, 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 tausch. Und zwar geht es darum. Die Chemus, Chemus Ringmatte. BWE Live Germany 2017. Also Deutschland Live Event. Wollte schon immer so eine Ringmatte anfassen. Auf jeden Fall danke Julian, dass das geklappt hat. Finde ich total super. Bis mal die mal da liegen. So. Jetzt kommt mal extra, extra Nummer 1. So. Da hat er mir noch von dieser Serie ein paar Karten zugelegt. Das ist Naomi, Champion Karte. Dann Brock Lesnar, OMG Moment. Noch ein OMG Moment. Finn Balor vs Kevin Owens NXT Takeover Brooklyn. So. Und das extra Nummer 2 sind auch wieder Karten inklusive einer Autogrammkarte. So. Hat er RB Leipzig genommen. Weil in der Matchetext keine... Oh mein Gott. Weil in der Matchetext keine... In der aktuellen Serie sind keine... Also ich meine bei Champions League sind ja sowieso schon mal keine VfL Bochum Karten dabei. RB gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingsverein, aber ich nehme die Karte trotzdem für meine Sammlung. Und er hat mir eine Limiteds Ray Wyatt mit dazu gepackt. Sehr sehr geil. Danke Julian auf jeden Fall. Das freut mich total. Und ich würde sagen, schreibt mal Hashtag WP Army in die Kommentare. Und ja, ich bin grad ein bisschen sprachlos, weil mit der Karte habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Sorry. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Schreibt auf jeden Fall Hashtag OP Army Hashtag Danke Julian in die Kommentare. Und ja, das war's mit diesem Mail Day. Wir sehen uns. Tschüss.